Hallo und willkommen zurück bei Chorus. Wir sind ja auf dem Weg zu dem MEQ-Zuflucht. Da konnten wir ja nicht reinfliegen wegen dem Blitzen, aber da haben wir jetzt ja die Rüstung in der letzten Folge geholt und die Vergangenheit von Forsaken ein bisschen näher kennengelernt. Deswegen gucken wir mal, was hier jetzt ist. So, hier ist auf jeden Fall Loot. Rie, gott a moment. I can't believe the cult hasn't realized... ...who I am. I know, but my sources indicate they have no idea. How can that be? Apparently, the Prophet explained your disappearance neatly. He announced you had ascended to the Faceless. Yes, if people thought there was a rogue elder, that would threaten his visions of perfect unity, of course. And now? Both the growing alliance and the cult use your acts and name as a rallying cry. At least their ignorance gives us some cover to finish our preparations. Yes. Hier war doch auch ne Mission eigentlich. Anscheinend ist sie jetzt kein Signal mehr. Ja. Ich sehe. Die Propheten-Propaganda-Agenten haben ihren Job gut gemacht. Es gibt wenig Raum für die Wahrheit. Dann müssen wir ihre Vößen anbieten und sie mit unseren eigenen. Für das? Wir brauchen einen Plan. Ja, und bald. Ich hätte gedacht, die geben wir jetzt noch ein Quest. Okay, wenn wir hier nichts machen können, gehen wir direkt hier hin. Vielleicht kommt hier später nochmal was. Wundert mich ehrlich gesagt ein bisschen. Aber okay, ist halt so. Ich habe gefragt, wie Sie wissen, Admiral Cardo? Years ago, er hat sich in den Nijut-Koalition, die die Nijut-Koalitionen veröffentlicht wurde. Und Sie hat auch mit der Koalition gearbeitet? Ich habe Informationen. Sie spied? Und Cardo? Er hat sich in den Nijut-Koalitionen veröffentlicht. Ich habe in der Enklave gearbeitet. Die Rest? Du kennst. Okay. Da ist noch ein Signal. Da könnte es noch wertvoll sein. Forsa? About your name? Leider! Oh Leute! Was ist denn hier los? Ich wünsche mir nur, dass mein Bruder Kaz hier war. Verweil, death imminent. Heldes. Your death is imminent. Got them all. Great, something for our troubles. So, da oben war jetzt der Notruf. Could still be worth a look. Nara, we lost another base one of those lightning storms. But a crew member escaped. Please check on them. Bree out. This is Nara. Hi, hi. You escaped the storm. I was out on patrol. But then, the lightning, it killed my wingman. And the outpost? I don't know. I must go back. I'll go and check the base. You report to Admiral Cardo. Now. You did well, Pilot. Now follow your orders. Outpost command. What's your status? That voice? Cult Slayer? Apologies, the storm blinded our sensors. Any casualties? We're down to 51 crew members. Nara, Circle Force is approaching. Outpost, hold your fighters. We'll handle this. What are they doing here, eh? Wieso können die hier drin fliegen, frag ich mich? Damn! How can that ship be here? Take them out! Attack! Pirates. Die Frage frag ich mich auch, wie... Wie die hier sein können. It's a crash. What a sense of destruction. The Circle ships didn't protect them from the lightning. But not from us. Clear the area. Go, go, go. More prey for us. Yes. Fire and strike. Get them. Get them. Get them hard. Vanquished. The storm is here. Damage confirmed. No, not. Last one down. A waste of excellent ships. No survivors! Take this outpost, now! No! Terror incoming! Open fire! Ah! Evasive measures. Fight on! Destruction complete! Death imminent! Cleared. For now. It won't hold. Banditen und diese Gottlosen oder so. Commander, we repelled the attacks. Thank you. Take this for your efforts. Appreciated. What? No Viper. Sorry, no Viper. What time do we need to stay inside? Until the rift is closed. I'm working on that now. There will be more attacks. Yes. But I must go. Understood. Good. Nara out. What? Ja, es wird mehr Angriffe geben. Ich kann da jetzt aber nichts dran ändern. Ist halt so. Ich sollte diese Wendung, also dieses Wenden hier mit dem Drift öfter nutzen. Es ist bestimmt noch irgendwo Loot versteckt auf diesen Ästen hier. Nara. Wie bist du? Ich bin. Alles klar? Mit jedem Rechtes Herausforderung. Deine Rückkehr dauert länger. Ja. Aber je schwieriger die Herausforderung, je stärker ich bin. Und jetzt fühle ich meine Rechtes intensiv. Vielleicht, weil sie sehr tief mit ihnen verbinden. Und deine Visions? Die Gefahr die sie stellen, wird nie wieder existiert. Wir werden bereit für was ever kommt. Wenn du so sagen. Es fühlt sich so. Ich fühle mich nicht. Ich fühle mich die nahe. Ich bin. Ich bin. Ich bin. Oh, shit. Strike fast! Wo ist denn der Minenleger? Da! Sehr gut! Sehr gut, sehr gut, sehr gut! So, da hinten war jetzt der Quest, den wir machen wollten. Ein Signal? Was ist das? Wir befinden uns Colonel Kassel. Dieses Niju-Altpost. Ich erinnere mich, es zu cleansen. Niemand hat überlebt. Sollen wir ihn investigieren? Ja. Ich sensere eine Erinnerung. Und es ist recent. Da hinten müssen wir mal hinfliegen. Da ist das. Ich mach mal ne Markierung. Natürlich, das ist was wir als Ziviler sagen. Intentional oder nicht, jeder ist tot. Wir haben es entschieden, es zu töten. So perfekt. Es muss nie wieder sein, von jemandem. Es ist der Kernel. Ich kann sensen, seine Lebensversorgung. Ich bin nicht sicher, wie es möglich ist, aber ich glaube, er hat diese Erinnerung nur für mich. Kassel ist Niju. Der größte Erinnerung, in den Purges. Aulos. Da. Das Interface noch hat die Kraft. Dann accessiere es. Done. Ich habe ein Hatch. Und jetzt habe ich eine Lebensversorgung. Die Kernel ist warten. Die Kernel ist warten. Ich habe ein Hatch. Ich habe eine Lebensversorgung. Ich habe eine Lebensversorgung. Ich habe etwas zu zeigen. Wie? Projekt Werwolf. Eine Waffe, die alle Ammunizierung in die Wolf-Round. Und dann haben wir Amplifiert, seine Explosive sehr viel. Sie werden nicht einen Planeten zerbrechen. Aber ein solches Volle kann ein ganzes Konvoi werden. Ich werde das verhindern, was ich angefangen. Und du musst mir helfen. Du denkst? Über alle Menschen. Du wirst genau was passieren, wenn dieses Weapon fallen zu der Kult. Und du wirst es nicht anders mit Admiral Cardot. Es ist egal, welche Verpflichtung sie verkaufen. In der Ende, die Menschen sterben. Die. Du willst mir zerstören alle Weaponen Weaponen? Ich habe das schon gemacht. Aside von einer. Wenn die Krieg escaliert ein paar Jahre, jemand stole es. Okay. Wo ist es? In Makahaven. A former Ndeju Outpost. Du solltest immer noch finder Storch's Und du? Da oben wieder. Aber wie gesagt, wir gehen erst mal da hinten hin. Die Ndeju Koalition hat immer die Wissenschaft über das menschliche Leben geschehen. Der Prophet hat sie Sie lieb. Sie lieb. Aber wie gesagt, ist Atheist Scourge. Die Weaponen, die sie haben, verstehe ich seine Rage. Und ich bin auch eine Weapon. ein 2 Yes! Ne, ich hätte jetzt gesagt, du bist mehr als das. So, das ist Außenposten ja, hier gibt's keinen Loot. Fliegen mal ein bisschen drumherum, ob es vielleicht dann wieder einen Rundfunk gibt. Wie jetzt bei dem anderen Außenposten, wo wir erstmal wegfliegen mussten, um den zu bekommen. Mehr fachlos vor. Sie haben bereits materialisiert. Dass wir sie wegschlagen lassen müssen. Hier ist ein Widerstand zerstört, okay. Boah, hier sind aber ein paar viele unterwegs. Burn them all. Ah, da unten. A tight hiding place for a fleet. The rock's mineral composition blocks long-range sensors. They need every advantage. Their equipment, its... Outdated, and no match for the Circle. They depend on us. Over there, the Makkahhaven ships. All intact. I hope we can use them. They need more fighters. Yes, time is running out. We must hurry. War nicht hier ein Signal? That's for sure. глав is Luis cool is flow a Das ist nicht so komisch. Und mehr Rite-Aspeckeln als wir gefunden haben. Also, wo du glaubst, die Rites entstehen? Von unserer Realität. Wir haben nur die Möglichkeit, die zu erzeugen, bis jetzt. Das kann erklären, warum die Fakilis sind so bereit, um in den Wiking-Wirld zu entdecken. Aber wenn sie nicht erzeugen, ohne Humanität... ...dessen ihre Destruktionen Destrukturen könnte, letztendlich, enden ihre Existenz. Ja. Rie, über Admiral Cardo. Ja. His Familie. Did they all die? Ja. The Kult deployed Psychic Totems gegen die Fleeing Survivors. People everywhere went mad. Ich verstehe. Wenn Cardo arrived, his only son war raving und fangetig. To stop ihn, Cardo war forced zu... ...kill ihn. Ich fliege jetzt noch mal kurz weg, weil vielleicht wird die Mission nicht getriggert. Hatred für das Kult brennt tief. Ja. Die meisten Tage, ist das alles, was er left hat. Er kann trotzdem versuchen, mich zu töten. Er will den Propheten. Erst. Ich werde meine Beine sehen. Nara, komm in. Recruitment is going great. We need every fighter we can get. All people talk about is the Kult Slayer. Your victories have inspired people to move. Ich habe ein Schild dagegen. Was zur Hölle? Was? Stimmt aber nicht. Ja, wahrscheinlich habe ich jetzt nicht so weit weg geflogen. Das war es jetzt. Das ist ja eine Nebenmission, ne? Das war es jetzt. Denn sicher ist das! Ja, das... All intact. I hope Ri can use them. They need more fighters. Yes, time is running out. We must hurry. Hm. Ich weiß noch nicht, was ich machen muss, um das hier zu proppen. Ri, komm in. Was war Admiral Cardo? Ein fantastischer Krieger. Der Beste in der Neju-Koalition. Er rief schnell durch die Räume. Er hat eine Zürich für die Krieg. Aber dann war er besser für seine Humor und seine Überraschung. Ihre Familie und Freunde bedeutet alles. Er ist so abhördelt, jetzt. Was hat ihn verändert? Er ist passiert. Der Kult ist passiert. Was bedeutet das? Er wurde zu töten der Propheten. Und er hat nicht verloren. Dann... Cardo rief nach Hause, um zu schützen Nimika Prime. Jetzt alles, was er left hat, ist... ...Vengeance. Also um ehrlich zu sein, ich weiß nicht, was ich hier machen soll. Forza, wenn du verändert hast, warst du allein? Nein. Aber ich war der Erste. Dann gab es andere. Das muss wohl... ...hier gewesen sein. Ich habe sie verletzt, von was sie waren, ... und verletzt, in diesen Schiff. Einmal bei einem... ...ich fühlte ich so viel rage. Und du kannst nicht mehr von vorher? Ich denke nicht von... ...n... ...vor. All das wichtig ist, ist jetzt. Aber dein Vergangen. Du wirst niemals überrascht. Warum sollte ich? Das ist das, was ich bin. Und ich habe mich mit mir gemacht. Ja. Das ist meine größte Herausforderung. Ja. Forza, warum waren deine Makers so cool? Für sie war es nur der effizienten Method der Produktion. Und ich war nichts mehr als ihre perfekte Weapon. Aber du bist mehr als ein... ...Machin? Forza, ich war so blind. Ja. Du bist menschlich. Nach allem. Zusammen können wir mehr als das sein. Vielleicht. Aber wir sind nicht das gleiche. Ich fühle mich, dass du irgendwie... ...unkomplett bist. Manchmal. Ich denke, ein Teil von mir ist weg. Aber was ist es wichtig? Ich bin weitergegangen. Hast du wirklich? Nein. Okay, also ich kann hier irgendwie nichts machen. Ich werde jetzt nochmal eine andere Mission machen, bevor ich hier stundenlang rumfliege. Und fliege dahin. Vielleicht kann ich danach hier die Mission machen. Äh, Wolfshärte, ne? So. Immerhin haben die auch irgendwas über Marker-Zuflucht gesagt. Wolfshärte, sie haben bereits materialisiert. Dann sollten wir sie abschneiden. Deine Tod ist imminent. Du musst auswählen. Deine Tod. Death is inevitable. Must continue. Shoot them up. Dematerialization is complete. I can feel its power. So. Gleich sind wir da. There is something. This is something. Backhaven. Let's hope they still have records of Colonel Cass' stolen weapon. We could sweep their database. I found a terminal. Hmm. Hier drin, ne? Wie komme ich denn da rein? Hier war ja irgendwo ein Eingang. Aber nicht hier. Hier ist der Eingang zur Mine. Da, 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 da. Bleib doch mal stehen! There it is. Packet. Of course. Die Wolfsferde. I'm done. Nothing useful in this database. But an old and a Jew data storage unit is inside the cargo area. Alright. There. A circle ship. Using resistance designation. Don't let us escape. Through there. Careful. Yes. It's tight. Multiple hostiles incoming. An ambush. I could alert the station. No. We'll handle them. Half of them eliminated. Now for the rest. There was a stone in the way. Area cleared. Did Maccahaven notice? No. Their surveillance is very inefficient. allowing people inside that they don't really know. Like us. Let's see what they were after. Let's see what they were after. Schon kurios, aber hier ist auch keiner. Hmm. Not. Colonel Cass. We found three weapon stocks. Good. That is what there should be. Proceed as planned. And eliminate them. Cass out. Alright. Nara. I found references to one more werewolf container. I could try restoring the data. A fourth one. Go ahead. The world. Which one could be I know. Everywhere could be like that. so jetzt bitte nicht crashen also ich denke der tod dafür dass ihr krieg ist es aber viel los wir sind auch schon alle daun die sind langsam lädt den raketenwerfer schneller nach wolf ist gut für raketen alter das ist echt ein sehr gutes raketen teil der wolf damit die raketen mehr schaden machen die Sie haben sich Kass' Weapons entfernt von der Circle. Sie können sie nicht nutzen, um mehr Innocenten Zivilisten zu purgen. Neither kann die Resistance. Aber sie haben sich nicht die Heretik. Nein, aber wenn Kardo leidt, er hat er rechtlich begonnen. Nicht jeder in der Circle war ein Warrior. Und nicht jeder Warrior war immer ein Fanatik. Right. Let's move on. So, jetzt müssen wir tatsächlich hier hin. Die Sondermunition. Eine Resistance Base. Perfekt. Sind Sie sicher, dass die Wehrwolle Weapons hier sind? In dieser Umgebung. Ich kann nicht ihre genauer Location erkennen. Inkommen ship. Confirm your identity. It's Nara. ID verified. Cult Slayer. Please state the purpose of your visit. I'm looking for your Ordnance Officer. She's conducting an inspection over there. Should I signal her? Yes, thank you. But I'll go to her. Copy that. What are you doing? Moving closer, so you can access her storage records. Covertly. Of course. Na ja, wir gehen mal den offiziellen Weg und machen es dann inoffiziell wieder mit. Mouble 그렇amente. You must be Nara. I wasn't informed about an Inspection. At ease. I'm not part of your forces. Right. You know, you inspire everyone by how you fight the cult. It's impressive. Admiral Cardo might disagree. The Admiral is just careful. Er hat immer gesagt, traitors sind die größte threats. Nara hat die Weapons gesehen und die Access Codes gesehen. Sie wollten etwas sagen. Nein, aber ich weiß noch nicht, warum Sie nicht mit uns kommen können. Was er gesagt hat über mich? Nur um nicht zu lassen unsere Guarden, wie immer. Das ist gut. Würdest du mindst, wenn ich einen Blick aufhören? Gehen bitte, bitte. Und alles klar. Ja gut, wahrscheinlich. Ist das nur ein Mittel zum Zweck? Weil der halt schon sieht, dass ich sehr viel Kult platt mache. Öffne es. Warte. Was? Was klauen wir denn hier? Na, wir kriegen wieder hier Booster und sowas. Schon wieder Wolf. Boah, jetzt doppelt Wolf. Das wäre schon ein richtig krasser Buff für Raketen. Und ich hätte die Schrapnell. Also beim Aufprall machen die dann nochmal zusätzlichen Schaden. Aber wir gehen halt im Moment voll auf Gatling. Aber wir könnten dann halt immer mal umprobieren. Ich weiß gar nicht, ob es hier eine New Game Plus gibt. Aber das wäre eigentlich so ein mega geiles Spiel für New Game Plus. Na, wenn du alles freigeschaltet hast und alle Mods und so hast. Und dann nochmal von vorne. Ja, das hat ja irgendwie nicht geklappt. Deswegen fliegen wir erstmal wieder zurück. Das ist nicht eine Option für Sie. wir können das auf jeden fall viel besser nutzen aber es keine option hat sehr gesagt also was für ein frack gerade irgendein frack da guck mal hinter dem ist auch noch was ok also ich beende jetzt die folge was wir nächste folge machen werden ist auf jeden fall hier dieses blitzfeld und dann sage ich auch mal bis zur nächsten folge also